Es sollte ein Traumurlaub werden, doch es wurde die Hölle. Wir bekommen Besuch von Piraten. Piraten? Um ihnen zu entkommen, gibt es nur eine Lösung. Wenn wir nach vorne sind, springt ihr zwei über Bord, schwimmt an Land und versteckt euch. Gestrandet auf einer einsamen Insel. Wir werden auf jeder Einzelnen dieser Insel nach ihnen suchen. Sieh doch! Aber noch immer... Erbarmungslos gejagt. Ich komme zurück, ich bin nicht ganz sicher. Schiffbruch, Samstag, 20.05 Uhr. Piraten in Sicht im Disney Channel. Sehen, staunen, verstehen. Ungewöhnliche Einblicke, hier bei Galileo. Fluch der Piraten. Kinofilme haben das Leben der Seeräuber verklärt. Doch wie geht es tatsächlich so auf einem Piratenschiff? Außerdem... Galileo Goes Cruising. Der heißeste Sommertrend. Getunete Bikes. Wir verlosen ein Hightech-Fahrrad exklusiv an unsere Zuschauer. Galileo. Gleich im Anschluss. Pro 7. Mystery am Tag. Irgendwann... Es könnte unsere Chance sein, ihn zu finden. ...kommt jedes Geheimnis aus der Tiefe des Ozeans. Sprich mit mir, George. Kommen Sie mit mir. Sie können mich nicht aufhalten. Hinauf an die Oberfläche. Das ist unglaublich. Ich... Ich hab ihn direkt unter meinen Füßen gesehen. 2-Bahn-Neue-Folgen von Surface Unheimliche Tiefe. Heute, 20.15 Uhr. Pro 7. 2-Bahn-Neue-Folgen. 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 Bis zum nächsten Mal.